Hallo ihr Lieben, ich bin Svedi, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder weiter mit einem Yoga-Video und ich frage euch ja immer am Ende meiner Videos, ob ihr Wünsche habt für Themen, für Sequenzen und da kam von euch jetzt des öfteren die Antwort, dass ihr euch was für den Rücken wünscht. Das Thema Rücken ist natürlich ein großes Feld, da kann man viele verschiedene Dinge machen, den Fokus ganz unterschiedlich setzen und da ich einfach festgestellt habe, dass viele meiner Schüler sich über Schmerzen und den Rücken beschweren, dachte ich, wenden wir uns heute oder widmen wir uns heute genau diesem Bereich. Rückenschmerzen haben natürlich verschiedene Ursachen, klar, das kann man so aus der Ferne jetzt nicht wirklich beurteilen, was da bei jedem einzelnen der Grund ist, aber was auf alle Fälle dazu beiträgt und das wissen wir alle, ist einfach die Arbeit am Schreibtisch. Einfach wirklich, dass viele sitzen im Büro, gerade dort wird der Bereich unserer Lendenwirbelsäule stark komprimiert, stark gestaucht und unsere Form leidet darunter, wir bekommen Rückenschmerzen. Das heißt, wir wollen heute also genau in diesem Bereich Länge schaffen und wieder Platz schaffen zwischen den einzelnen Wirbelkörpern, um dort einfach ein bisschen entgegenzuwirken. Wie immer braucht ihr nichts weiter außer eine Unterlage. Wenn ihr wisst, ihr habt ein bisschen empfindliche Knie, nehmt euch gerne Decke, dass ihr die unterlegen könnt und ansonsten lasst uns beginnen. Beginne im Liegen. Winkel die Beine an, bring deine Hände auf die Knie und zieh sie nahe zu deinem Körper ran. Nimm wahr, wie dein Körper den Boden berührt und lasse deinen gesamten Rücken und dein Gesäß vollkommen schwer werden. Atme bewusst tief ein und lang aus. Von hier beginne langsam kreise, über den unteren Rücken zu machen. Ganz genüsslich kreise langsam in eine Richtung. Gebe deinem unteren Rücken eine schöne Massage. Dann kreise in die andere Richtung. Entspanne deine Schultern dabei und vertiefe den Atem. Noch zweimal kreisen und dann kommen wir wieder in der Mitte an. Jetzt beginn deine Beine zu öffnen und zu schließen, so als würdest du schwimmen. Du kannst die Augen gerne dabei geschlossen halten, um die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Noch zweimal. Und dann führe die Bewegung nochmal in die entgegensetzte Richtung aus. Große öffnende und schließende Bewegungen hier. Letzten beiden Mal. Wunderbar. Nun greife mit beiden Händen dein rechtes Knie und strecke dein linkes Bein lang nach vorne aus. Gebe ganz viel Länge in dein linkes Bein und flexe den linken Fuß. Zieh dein rechtes Knie aktiv zu dir ran. Bleib für zwei Atemzüge. Atme lang ein und großzügig aus. Letztes Mal ein und ausatmen. Dann wechsel die Seiten, strecke dein rechtes Bein und zieh dein linkes Knie zu dir ran. Entspanne die Schultern und flexe den rechten Fuß. Auch hier nochmal für zwei Atemzüge bleiben. Lass den unteren Rücken am Boden. Letztes Mal einatmen. Und vollständig aus. Nun winkel beide Beine an. Greife unter die Kniekehlen und beginn nach vorne und wieder zurück zu wippen. Lass die Bewegung ganz geschmeidig werden. Runde den Rücken. Rolle schließlich bis ganz nach oben auf. Und komm ins Sitzen. Dann kreuze die Beine für den Schneidersitz. Dein rechtes Bein ist vor deinem linken. Und wenn du eine Decke zur Hand hast, setz dich gern leicht erhöht auf die Kante der Decke, damit sich dein Becken noch besser aufrichten kann. Und dann bring die Hände auf die Knie. Atme ein. Schieb dein Brustbein nach vorne. Werde wohl im Rücken. Ausatmen. Lass den Rücken ganz rund werden. Zieh den Nabel ran. Einatmen. Zieh dich nach vorne. Öffne die Brust. Ausatmen. Rund werden. Schieb den Oberkörper richtig nach hinten. Noch zweimal. Einatmen. Hohlkreuz. Blicke leicht nach oben. Ausatmen. Rund werden. Nabel ran. Einatmen. Öffnen. Ausatmen. Runde Rücken. Einatmen. Komm gerade nach oben. Und ausatmen. Schultern tief. Nächste Einatmung. Hebe die Arme kraftvoll über beide Seiten nach oben. Ausatmen. Hände vors Herz. Nun wandere langsam mit den Händen nach vorn in eine kleine sitzende Vorbeuge. Schau, wie weit es für dich angenehm ist. Manche landen weiter vorne, manche weiter hinten. Es sollte sich für dich gut anfühlen. Und dann presse deine Hände in die Matte und schieb dein Gewicht nach hinten in die Sitzbeinhöcker. Vertiefe den Atem. Schick deinen Atem, deine Aufmerksamkeit in den unteren Rücken und in den Bereich der Hüfte. Vielmehr musst du hier gar nichts tun, als wirklich in diese Region deines Körpers zu atmen. Lass den Kopf los. Entspanne Kopf und Nacken. Atme ein. Und mit der nächsten Ausatmung wandere mit deinen Händen rüber zur rechten Seite. Schicke deinen Atem nur mehr in die linke Seite deines Körpers, deines Rückens und deiner Hüfte. Deine komplette Aufmerksamkeit geht genau dorthin. Letztes Mal einatmen. Und lang aus. Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Wechsel die Beine. Dein linkes Bein ist nun über dem rechten. Komm von hier aus wieder in deine Vorbeuge. Und mach dir keine Sorgen, wenn du hier nur ein kleines Stückchen runterkommst. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann atme nochmal vollständig ein. Und ausatmen. Expandiere förmlich im Rücken. Schaffe ganz viel Weite hier. Wandere deine Hände nun zur linken Seite. Und atme in die rechte Körperhälfte. Die Schultern wollen weg von den Ohren. Kopf und Nacken sind ganz schwer. Noch mal einatmen. Und lang ausatmen. Dann wandere über die Mitte zurück und hebe deinen Oberkörper wieder langsam an. Von hier aus komme in den Vierfüßler. Stelle die Hände direkt unter die Schultern und spreize alle Finger wirklich gut auf. Daumen zeigen zueinander. Mittelfinger zeigen geradeaus. Dreh die Ellbogenbeugen mehr zueinander, um Platz im Schulterbereich zu schaffen. Die Knie sind hüftbreit und die Fußrücken liegen auf. Atme ein. Komm in ein geführtes Hohlkreuz. Ausatmen. Runder Rücken. Nabel ran. Einatmen. Hohlkreuz. Blick schräg vorne über die Matte. Ausatmen. Ausatmen. Rund werden und die Matte förmlich von dir wegpressen. Letztes Mal einatmen. Öffnen. Und ausatmen. Katzenbuckel. Atme ein. Gerade Rücken. Ausatmen. Hier. Mit der nächsten Einatmung heb deinen rechten Arm lang nach oben. Öffne dich. Ausatmen. Fädel den rechten Arm zur linken Seite durch. Der Blick folgt. Einatmen. Arme gehen nach oben. Öffnen. Ausatmen. Durchfädel nach links. Nochmal einatmen. Öffnen. Und ausatmen. Diesmal ablegen. Bring die rechte Schläfe und die rechte Schulter zum Boden. Und bleibe für drei Atemzüge. Dehne deine Schulter hier gut auf. Und entspanne den unteren und mittleren Rücken. Achte darauf, dass deine Hüfte gerade ausgerichtet ist. Zieh die linke Hüfte etwas mehr zurück. Letztes Mal einatmen. Und vollständig aus. Nächste Einatmung. Langsam wieder rausfädeln. Nochmal großzügig öffnen. Und ausatmen. Hand zum Boden. Neutraler Vierfüßle. Atme ein. Heb deinen linken Arm weit nach oben. Öffne dich. Ausatmen. Fädel den linken Arm zur rechten Seite durch. Blick hinterher. Einatmen. Wieder öffnen. Die Weite spüren. Und ausatmen. Durchfädeln. Einatmen. Letztes Mal öffnen. Und ausatmen. Durchfädeln und ablegen. Linke Schläfe. Linke Schulter zum Boden. Und den Atem wieder tiefer werden lassen. Richte die Hüfte wieder gerade aus. Zieh tendenziell die rechte Hüfte etwas mehr zurück. Atme tief ein. Und lang aus in die Länge des unteren und mittleren Rückens. Nächste Einatmung wieder rausfädeln. Und Ausatmung Hand unter die Schulter aufstellen. Wir machen weiter mit einem wunderbaren Stretch für den unteren Rücken. Der sogenannten Extended Puppy Pose. Den passenden deutschen Begriff habe ich leider noch nicht gefunden. Stelle deine Knie etwa mattenbreit auseinander. Und richte deine Hüfte direkt über den Knien aus. Achte darauf, dass die Hüfte dort bleibt. Und gleich nicht mit nach vorne geht. Wenn du sehr empfindliche Knie hast, leg gerne Decke unter die Knie für eine leichte Polsterung. Dann atme ein. Und mit der nächsten Ausatmung wandere mit deinen Händen langsam nach vorn. Und lasse gleichzeitig dein Brustbein tief Richtung Boden sinken. Behalte die Hüfte über den Knien und die Arme schulterbreit. Die Stirn liegt auf. Aktiviere deine Arme, indem du Druck in die Handflächen gibst. Und deine Ellenbogen und Unterarme weg vom Boden hebst. Zieh die Schulterblätter Richtung Steißbein. Und schieb dein Becken hoch Richtung Decke. Entspann den Nacken. Wenn du weitergehen möchtest. Und es deine Flexibilität zulässt. Verschränke optional deine Hände hinter dem Nacken. Und wenn mehr Spielraum da ist und es für dich angenehm ist, dann kannst du auch deinen Kinn auflegen. Probier dich aus. Schau, welche Variante für dich heute am angenehmsten ist. Und dann spüre in die Länge deines Rückens und den Zeitgleich Schultern, Arme und Hüften gut auf. Atme noch ein letztes Mal tief, tief ein. Und vollständig aus. Von hier hebe deine Stirn und wandere ganz langsam mit den Händen wieder zurück. Und komme über den Vierfüßler über die Seite ins Sitzen. Stille deine Füße hüftbreit auf. Greife unter die Kniekehlen. Und roll mit rundem Rücken Wirbel für Wirbel ganz langsam nach unten ins Liegen. Wandere mit deinen Füßen so nah zu dir ran, dass du mit den Mittelfingern fast deine Fersen berühren kannst. Die Füße stehen hüftbreit, Innenkanten sind parallel. Für die dynamische Schulterbrücke, hebe mit der nächsten Einatmung dein Becken an. Nehme die Arme lang mit nach hinten über den Kopf. Ausatmen, Becken absinken, Arme neben den Körper. Einatmen, wieder heben, schieb dein Becken aktiv nach oben, Arme mitnehmen. Und ausatmen, zum Boden zurück. Einatmen, wieder heben. Achte darauf, dass die Knie nicht auseinanderfallen, zieh sie eher zueinander. Ausatmen, ablegen. Noch dreimal in deinem Atemtempo. Mit jeder Einatmung will das Brustbein zum Kinn und nicht andersrum. Und mit jeder Ausatmung zieh den Nabel ran. Gib mehr Druck in die Innenkanten deiner Füße, um daraus dein Becken noch ein Stückchen höher zu heben. Letztes Mal. Einatmen, Becken höher. Und ausatmen, langsam ablegen. Winkel die Beine an. Greif deine Knie, umarm dich und kreise nochmal genüsslich über den unteren Rücken. Und dann in die andere Richtung. Und dann pendel dich wieder langsam in der Mitte ein. Für den abschließenden Hüftöffner, die Happy Baby Pose. Greife von innen die Außenkanten deiner Füße. Die Fußsohlen zeigen direkt Richtung Decke. Und dann presse mit den Händen in die Füße und mit den Füßen in die Hände. Die Knie ziehen Richtung Matte. Bestimme selbst, wie intensiv du deinen Hüftöffner magst, indem du mehr oder weniger Druck reingibst. Lasse deinen unteren Rücken und dein Gesäß möglichst am Boden. Spüre in die Öffnung der Hüften der Leisten hier. Vertiefe die Atmung. Beobachte. Wenn es für dich angenehm ist, dann wieg gerne so ein bisschen von links nach rechts, von einer Seite auf die andere. Dein Kopf liegt am Boden und die Schultern sind entspannt. Und dann werde wieder langsamer pendel dich ein. Und löse langsam auf. Und dann streck von hier Beine und Arme mal lang aus. Dehn dich, zieh dich richtig in die Länge. Spür die Dehnung in der Bauchdecke. Dann winkel dein rechtes Bein an. Zieh das rechte Knie nahe zu dir ran. Streck den rechten Arm zur rechten Seite aus. Atme ein. Und mit der Ausatmung bring dein rechtes Knie rüber zur linken Seite. Der Blick geht entweder nach oben Richtung Decke oder zur rechten Hand. Lass jetzt vollkommen los und den Körper mit jeder Ausatmung immer schwerer werden. Bring die Aufmerksamkeit zurück zu deinem tiefen Atem. Und lasse die Ausatmung deutlich länger werden als die Einatmung. Schließ gerne deine Augen. Bleib noch zwei Atemzüge auf dieser Seite. Letztes Mal ein. Und ausatmen. Dann bring die Beine wieder zur Mitte. Streck dein rechtes Bein aus. Zieh dein linkes Knie nahe zu dir ran. Löse den linken Arm zur linken Seite. Und bring dein linkes Bein rüber nach rechts. Der Blick geht entweder nach oben oder zur linken Hand. Lass wieder mehr los. Entspanne Schultern, Bauch und Rücken. Genieße, wie der untere Rücken hier entlastet. Und vertiefe deine Atmung. Auch hier noch zwei Atemzüge. Atme tief ein. Und lang, lang aus. Und dann bring beide Beine noch mal zur Mitte. Umarm dich. Mach dich ganz klein zu einem kleinen Päckchen. Atme ein. Und mit der Ausatmung lass die Beine nach vorne ausgleiten. Geh dann, bleib noch für ein paar Atemzüge so liegen. Und komm dann in deinem Tempo langsam über die Seite ins Sitzen. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren Übungen dabei, die sehr wohltuend für euch waren. Die sich sehr gut angefühlt haben. Natürlich könnt ihr diese Sequenz ganz regelmäßig machen. Und einbauen in eure wöchentlichen Pläne. Auch heute gebt mir natürlich gerne euer Feedback in die Kommentare. Ich freue mich immer über eure Post. Und wenn ihr mal Lust habt auf Daily Vlogs, dann folgt mir doch gerne auf Snapchat. Ich habe diese App ganz neu für mich entdeckt. Und mir macht es echt wahnsinnig Spaß, mich dort per Videobotschaft mit euch auszutauschen. Also schaut vorbei, Midi Morrison unter Snapchat. Und dann sehen wir uns entweder dort oder im nächsten Yoga-Video. Macht's gut, bis dann.